Unternehmen und Sportverein packen in Wössingen zusammen an. Das Ziel gesunde Mitarbeiter durch Betriebssport. Einmal wöchentlich können sich die Arbeitnehmer den Stress aus den Rippen schwitzen. Wir haben viele kleine mittelständische Unternehmen und da lohnt es sich tatsächlich nicht einen eigenen Betriebssport einzuführen und da sind wir die perfekte Ergänzung und wollen uns einen Beitrag leisten, damit es den anderen Mitarbeitern der Gemeinde, der Unternehmen auch besser geht. Neue Vereinsmitglieder für den TV Wössingen Betriebssport für die Unternehmen. Das Projekt schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. In erster Linie profitieren natürlich die Mitarbeiter, die Bürotätigkeiten ausführen, die den ganzen Tag in derselben Position verharren und damit profitieren letztendlich auch wir als Arbeitgeber von gesunden Mitarbeitern. Das Potenzial für weitere Betriebssportgruppen in Wössingen da. Der Turnverein will das Projekt künftig ausbauen. Wir sind aktuell dabei, noch weitere zwei Trainer in dem Bereich auszubilden, so dass wir nicht nur den Gesundheitssport fördern können, sondern auch stärker in den Breitensport reingehen können und versuchen so mit Gemeinde und anderen örtlichen Unternehmen dieses Konzept tragfähig weiterzuentwickeln. Möglich sind auch gemischte Betriebssportgruppen. Dort können sich Mitarbeiter verschiedener Unternehmen dann den Stress gemeinsam aus den Rippen schwitzen. in Rippen schwitzen. und dann welche in Untertitelung des ZDF, 2020